Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal wie man bei Windows 10 eigentlich ein neues lokales Benutzerkonto hier erstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst müssen wir mal links unten in der Ecke auf unser Windows Symbol gehen, dann etwas darüber auf Einstellungen. Anschließend öffnen sich hier die ganzen Windows Einstellungen, wo ich jetzt einmal Konten auswähle. Dann auf der linken Seite hier drüben Familie und andere Benutzer. Und hier kann ich jetzt auch schon andere Benutzer hinzufügen. Ich klicke also mal hier auf das Plus noch, diesem PC eine andere Person hinzufügen. Und jetzt öffnet sich hier auch schon dieses Fenster, wo ich das Ganze einstellen kann. Wir haben nun die Möglichkeit uns hier mit einem weiteren Microsoft Konto anzumelden. Ich möchte das Ganze lokal machen, weswegen ich jetzt hier unten mal, ich kenne die Anmeldinformationen für diese Person nicht, betätige. Jetzt möchte Microsoft nämlich noch einmal eine Aufforderung erstellen, dass ich hier ein Konto von Ihnen erstellen kann. Möchte ich natürlich auch nicht haben, deswegen einmal hier unten auf Benutzer ohne Microsoft Konto hinzufügen gehen. Und jetzt können wir auch schon unser lokales Konto erstellen. Als nächstes muss ich hier oben einmal meinen Benutzernamen eingeben, dann hier unten ein Kennwort reinschreiben. Das Ganze noch einmal bestätigen, also dasselbe Kennwort hier auch eingeben. Ein Kennwort ist übrigens nicht Pflicht, also ich könnte die Felder auch auslassen und einfach auf Weiter klicken. Wenn ich jedoch ein Passwort verwende, dann muss ich noch hier drei Sicherheitsfragen auswählen. Falls ich jetzt zum Beispiel mein Passwort vergesse, wie hieß er erst das Haustür, sagen wir einfach mal Hans-Sicherheitsfrage 2, wo wäre ich Geburtsort in Weiden? Und die dritte Frage noch, wie lautet Ihr Spitzname? Das nehme ich jetzt einfach mal Manu her und ich kann hier unten auf Weiter das Ganze bestätigen. Hier auf der linken Seite habe ich jetzt das neue lokale Konto Max Mustermann erstellt. Da kann ich übrigens auch noch draufklicken und den Kontotypen entsprechend abändern, wenn ich zum Beispiel einen Administrator daraus machen möchte. Ich bleibe jetzt hier nochmal bei Standardbenutzer. Okay, bestätigen. Und zum Wechsel muss ich hier unten links jetzt noch auf mein Windows-Symbol draufgehen, dann auf mein entsprechendes Hauptkonto, also Manuel Winschel. Und hier sehen wir auch schon das zweite Konto. Wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich mich automatisch da anmelden oder ich könnte mich auch bei meinem Hauptkonto hier noch abmelden und danach wieder entsprechend mit Max Mustermann anmelden. Und somit haben wir auch schon jetzt ein neues lokales Benutzerkonto bei Windows 10 erstellt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020